Ich sehe euch. Ich kenne euch. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich bin in Bern. Ich heiße Capri. Und wir schreiben, wir haben heute geschrieben, ins Amt für Migration. Wir finden, der Kanton Bern macht es sehr schlecht. Wir sind nicht alleine. Wir sind Leute aus Bern. Wir schreiben manchmal jeden Tag und sagen, das darf nicht so sein. Ihr müsst einen Platz haben. Ihr sollt einen Platz haben. Einen Platz, der gut ist für euch. Ihr sollt arbeiten können. Ich wünsche euch wirklich Kraft, ein großes Herz und Geduld. Und wir arbeiten auch. Wir versuchen ganz fest in der Politik. Aber es ist so langsam. Und manchmal könnte ich weinen. Und ich bin auch sehr wütend. Aber ich stehe da und ich sehe euch. Und wir arbeiten auch. Wir denken an euch. Wir versuchen auch. Und zusammen, zusammen können wir das. Ich will das. Und ihr wollt es auch. Also versuchen wir einfach Schritt für Schritt. Denn Grenzen bringen gar nichts. Das wissen wir auch in Bern. Vielleicht nicht alle. Eine Frau aus Bern mit ihrem Mann, mit ihren Freunden. Die Politik. Es gibt Leute, die denken viel an euch. Und die versuchen auch unsere Zeitungen zu schreiben von euch. Wir wissen, was es ist. Aber wir sind irgendwie langsam und lahm. Und ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich wirklich entschuldigen, dass ihr so warten müsst.